hallo liebe leute hier ist medley games leider immer noch ohne dem martin schönes gefühl aber wie man im ersten video hiervon gesehen hat oder mehr oder weniger gehört hat habe ich gesagt dass Luka jetzt spielen jetzt drei Runden und jetzt mit dem Luka ist das zu ihnen und es sind in der Tat und sie verschieben wie du Bock hast was auf geht los ich will aber vorverkacken ich hoffe die Maus nicht so schnell für dich Quatsch alles schön flockig weil ich kriege gar nichts wir sind das ist auch die Einwanderung der Flachstattung und Sachen sind ich habe glaube ich auch in Beirutungen was im Grund und Boden aber meistens hat man vor Ort war es war ich bin beziehen ein Beziehen für Herren ein Beziehen ab in die Berge weil es wirklich sind welche der Verstraße rechts oder auch der da auch nix ich bin nicht mehr so alleine Prozent er hat auch keine Dosis sehr mutigend m was auf dem Krupp mit ist uns die Stoom und die Exkanzlerin die Zuders liegen das ist wohl noch klar dass ich dann kommt einer das Krupp macht er doch noch nichts gemacht jetzt kommt es gut zu nehmen oder eine kiste ja der sagt auch wenn ich bin fast auch wenn er von der Zeit außen um alles in die Haare gleich gemacht kommt was war es bis an der Kiste sind dann schlafen ja genau ich glaube die das ist ein Verlierer ich glaube es geht in die Munden welchen ist auch es sind in der Urkanzung der dritte Lungen im Sinne will er nicht besucht er hat sie gleich kommt allerdings Kirsten und dann ist er ein stammt ob laufend nichts da auch du hättest mir das kalt machen können kennst mich doch ne von hinten von hinten ist einer oh lauf lauf ach komm oh 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 scheiße 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 das war's das war's oh 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 aber wir haben nix zu essen und das war's jetzt nur einschlafen oh pass auf wegen Fallschaden da bin ich echt gefährdet hier ist doch vorgesehen ah auch das auf ich möchte die Welt guck so umspielt jetzt von ihnen die schlimmsten Schenzen der Zeiten habe ich nicht geguckt nein und Krass erhält das ist wichtig oder oder die nicht hinwürzt oder selbst Mord Zuerst mit Hand würde ich damit führen Hecker 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 Mach den Feuerzeug Ich glaube bei euch zwei Eisenführer, oder? Nein, ein Eisen und ein Ding ist was ein Feuerstein Oh, ich zitter Vollmann Wen gerade weil ich es nur gewonnen habe So, ja, das geht voll schnell keine Aufkommen kannst du richtig Ragen und wir Ach, keine Ahnung, fünfte Mal gebrauchen voll im Arsch Ich glaube, wenn du kein Essen findest, war es das Ja Aber du hast ja noch zwei Runden Die einzige Chance ist dem Merkur zu gehen Geh im Wasser, da kannst du dich heilen Jetzt noch nicht aber egal Ich glaube nicht, dass da oben was ist, oder? Kann man versuchen, weil da oben ist keiner Das dauert zu ewig, sind nur noch sechs Spieler Wenn du jetzt oberen Fallschaden, kriegst du nur fünf Spieler Nein, 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 nein Ich springe jetzt fünf Blöcke hoch im Büro Das wäre geil Ich glaube, ich sterbe und äh, ist schon Also, ich kann, kann man Nein Mit einem halben Herzen überliebst Die wird sowieso noch halb ist abgezogen Ja, springen runter Einfach nicht, wenn das rauskommt, dann kommt man nicht mal raus, ne? Ich glaube, ich finde wirklich nichts mehr Ja, ja Noch drei Spieler Haha, tust du nicht Haha, tust du nicht Naja, jeder sein selbst Leben, ne? Ja, ja Heiß muss ich dahin Ach, ich gerne mal noch deine Kauf dir Wolle Ja, warum? Keine Ahnung Nein, zehn Sekunden, ich bin so am Arsch großartig Ich bin jemanden Ach, ich bin ein lieb Superfade Oh, man hat nirgends Ein Arsch Hnie Kling Hactivin Oh sie sind relativ nicht mehr wartet Prozent zweimal mehr es ist mehr und ist Prozent das ist so gut wie soll in den Sohn ist in die ZD-Laufwärtspartner das war geschmolzen im Setschert was zu oben und dann Spur die Hausverfahren die Dänen die Zitat in euch versteht auch nicht also die ich habe bis eine Tour gehabt und die war mit eis mit mit meinen Arsch gerettet Kumpelstern das war so die ganze Zeit spielen ich konnte und nicht zu spüren oder so und der erlauben und einig die eines politischen aber man nicht gibt in der sich konzentrieren CB oder hat Ehe ist das her das ist die weil sie über ich bin geflogen da wieder nicht nennen ich fliege immer noch also schon seit jetzt beim Parken aber noch nicht angehen um ein nirgendwo was ist sie immer cb die bezweif die ziel zu essen und spielung für mundgeruch das ziel dass sie ausbieten was soll ich hier so wie ich weiß nicht wie man das bieten ich bin nicht wirklich sehr schlecht im video zu ändern also wenn ich mich mal ich bin ich mich nicht ich bin davon immer Spaß nein ich mag das richtig vorgesehen ich mache sogar mein Handy wenn man mit 10 nicht geht und nicht schon mit dem Team erwähnt kann man nicht angehen k ein nachdem wird man für den Schoen Nürnberg das hat mich erkannt ich kippe es sollte mit einem feil da war es ist oh je die in der Stadt in diesem Leben und Boden ich bin ja wenn die Mäden ich verletzte sicher für die Wüste auch nicht da guckte ja es ist eine Ruhe 3 2 1 Rommel eine Töne Rommel eine Töne und rot und der Zoll abfüllen also Essen fehlt uns nicht ich Gott ist los mit nein mein Kuchen Prozent ich will hier nicht so lange warten ich zerstöre dir mal lieber was tust du da sagt er konnte das sprach da die Türen links das ist nicht offenheit nein auch er wird es nicht so so leute das war's dann mein Lieben ich denke mal das war's dann wir sehen uns dann eventuell gleich oder später oder morgen noch bei einem real-life-video oder gleich hast du Lust? heute Abend vielleicht so du kannst ja meinen City-Roller nehmen hallooo okay also heute Abend wird auf jeden Fall was kommen wir sehen uns dann morgen morgen oder gestern gestern ja da wünsche ich euch noch schöne Ferien und haut ihn raus ne? oh nein ich hab meinen Dirt verschoben